Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf, oder was? Ja. Misha hat's jetzt rausgekriegt, wie sein Blinklichtviertel funktioniert. Einfach so machen. Ich guck grad von oben runter, dass man's auch nochmal sieht, gell? Das bleibt da jetzt so an. Man kann sogar die Geschwindigkeit feststellen. Ja, wenn man das weiter auseinander macht, oder so, gell? Ja. So viel weiß ich dann tatsächlich auch. Krass, gell? Das ist ein krasser Typ, gell? Ja, heute macht Misha den Stripclub zu Ende. So, wenn man von oben guckt, sieht man jetzt nur noch das da, die legende Fackel. Finde ich gut. Also Misha baut heute den Stripclub zu Ende. Wenn ich's schaff, sonst mach ich da Offscreen noch was. Ja, und wir machen uns heute Nether fertig, würde ich sagen. Wir machen heute den Nether fertig. Wir machen heute Fertig-Fertig. Ach ja, willst du nicht sagen, wie unser Personal jetzt heißt? Äh, Jacqueline. Hey, Jacqueline, wo ist die Vaseline? Was für ein Teufel? Hey, Jacqueline, wo ist die Dose fett? Ging das Lied so? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ähm, ja, ich würd dann schon mal das Nether-Portal bauen, oder? Ähm, wo sollen wir's bauen? Wo willst du's haben, das Nether-Portal? Das Nether-Portal? Keine Ahnung, da hab ich Meinung dazu. Okay. Ähm, sollen wir's oben bauen? Wir könnten's eigentlich oben bauen. Dann haben wir nochmal so, beim nächsten Mal ein Herabblick auf die Insel. Wir können sagen, ey, Insel, Winsel nicht. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Was hab ich anders gemacht? Ja. Ach toll, falsch rumgebaut. Mensch, das weiß man. Doch. So, jetzt kann man von oben schon mal das sehen. Okay. Finde ich gut. Finde ich wie ein Hut. So, ähm. Ja. Dann baue ich jetzt schon mal das Nether-Portal, ne? Würde ich sagen. Tun Sie dies, Mister. Mach ich auch. Beleidige mich jetzt nicht. Ich hab keine Schaufel, okay? Beruhig dich. Ja. Ich beruhige mich ja schon! Halt, stopp! Kaffee getrunken hab ich jetzt nicht. Beruhig hab ich mich aber. Ey, solche Furzen immer. Hochzigige Nase. Eine hochzigige Nase. Eine hochzigige Nase. Oh, ganz feucht, ja. Leute, seid ihr auch schon ganz feucht, ja? Oh, natürlich. Glaub ich dir nicht. Seid ihr schon feucht? Wenn nicht, dann zieh ich mich jetzt aus. Pass auf, ich mach jetzt so. Leute, jetzt seid ihr feuer. Ne, du nicht. Du bist hässlich. Das dürfen nur echte Veganer. Wenn das dann mal mein Chef irgendwann sieht. Dann denkt er sich auch so, ey, wen hab ich da zwei gestellt? Dann denkt er sich so, voll geil, der ist ja prominent. Der war in einem YouTube-Video. Der war auf Pornhub. Der war auf Kornduck. Bin ich aktiv. Schaut auf meinen Pornhub-Kanal vorbei. Porri Porn.dx Geil. Hier, so dürft ihr das... Reicht das so, oder? Ich glaub schon. Passt das so mit dem Netto-Portal? Ich guck leider grad nicht hin, deshalb weiß ich nicht. Mensch. Du musst aber hingucken. Ich guck dir jetzt nicht zu. Ich muss mich zu sehens konzentrieren. Du musst dich jetzt gar nicht konzentrieren. Guck das Portal an. Jetzt. Funktioniert das so? Warte, warte, warte. Oder hab ich das so breit gemacht? Nee, passt. Perfekt. Perfekt, oder? Jetzt kümmerst du dich noch darum, dass du so ein Feuerzeug hast. Ja, ein Feuerzeug hab ich schon gebaut. Aber wir zünden das Portal erst am Ende vom Port an. Am Ende vom Port. Am Ende vom Port von Donkey Kong Khan wie Tropical Forts. Gab's da überhaupt einen Hafen? Wieso einen Hafen? Nein, einen Port. Nein, da gab's keinen Hafen. Da gab's nur Hafermehl aus Bananen. Oh shit, das klappt nicht, wenn man das so nebeneinander baut. Lüge. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr auf mehr Dinger, wenn ich dafür jetzt noch mehr einreißen muss. Wir haben jetzt halt nur zwei Leuchtdinger da, okay? Ja, okay, das reicht nicht. Einfach zu faul, um mehr zu bauen. Passt. Alles gut. Alles gut. Wir haben ja eh nur eine Stripperin, die braucht nicht so viel Licht. Wo ist unsere Stripperin eigentlich? Das ist ne gute Hute. Ach da. Die will raus. Nein! Halt unser Personal gefangen. Ja, mach ich. In der Arbeit. Oh, die braucht grad gehen. Ähm, ich kümmere mich darum, dass die mal da bleibt. Finde ich gut. Ich hab noch unnötigen Dreck, deshalb baue ich den jetzt hier hin. Findest du das nicht toll? Doch, das find ich super. Gut. So, wie baut man sich nochmal, äh... Nein. Okay, gut, danke. Bitteschön. Freundlich. Ja, ich weiß. Ähm, 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 ähm. So. Hebel. Ich hab drei Eisentüren gemacht. Grüßt, Jacqueline. Sag. Hey, Jacqueline. Komm da hoch. Warte, lass mich das noch machen, dann kümmere ich mich kurz drum. Die Arme. Hat keine Arme. Warum sind dir überhaupt so viele Fackeln? Willst du da nicht weniger hinmachen? Du hast die da hingestellt. Ey, ich bin ich. Jetzt beruhig dich mal. Kam das nicht eigentlich aus einer YouTube-Kacke? Ich bin ich. Ich weiß das gar nicht. Ich guck keinen YouTube-Kacke. Ja, was? Ach, keine Ahnung. Eine Fackel für dich. Oh, danke. Ich hab dich schon lieb. Jetzt verpiss dich auf den Schriftfluss. Jetzt verpiss dich doch. Ich will hier strippen. Mann, ey. Du willst es? Ja, natürlich. Mit Jacqueline zusammen, ey. Ja, nee, das nicht. Einzelarbeit. Nicht Gruppenfick. Da kannst du ja auch Gangbang sagen. Sag, wie du willst. Mann. So, was kann ich jetzt eigentlich noch tun? Ich weiß das gerade nicht. Ich hab das Nether-Portal gebaut. Ah, weißt du, was ich jetzt noch mache? Ja. Was? Ich mache unser Nether-Portal jetzt noch fancy. Schön. Ja. Willst du zwei Eisentüren dafür haben? Nee. Doch. Äh, ich mach hier. Ich mach hier, ja. Mach irgendwie einen Gang dazu, dass man da eine Eisentür braucht, um durchzukommen. Hier, weil ich hab nämlich zwei Eisentüren zu viel. Okay, warte, ich spring kurz runter. Ja, hier kannst du mir die Diaspitzhacke abbauen. Die kannst du kaum übersehen. Was für eine Diaspitzhacke kann ich übersehen? Äh, meinen Schwanz kannst du übersehen. Der ist auch nicht existent, deshalb kann man den auch übersehen. Äh, wo sind jetzt die Eisentüren? Ich find die nicht. Was sind denn die? Du bist ja lustig. Danke. Lustig, du bist aber du. Hey, ich bin ich. Ich bin nicht du. Jacqueline, komm her. Jacqueline, strip mal. Mein Gott. Und dafür bezahlen wir ja nix, weißt du? Ganz ehrlich. Was ist das für Personal? Oh, das Personal ist schon wieder darunter gehört. Oh, das Personal ist schon wieder... Kommt noch was oder warst du es für heute? Nee, da kommt heute nix mehr. Ich komm heute nicht mehr. Schön. Danke. Oh, oh, ich hab das Gefühl, das Glas reicht nicht. Ich hab das Gefühl... Nervst. Nee, Lüge. Sören. Sören. Ich belaste es jetzt beim halben Swift-Club. Okay, pass auf. Ich mach jetzt den ultrakrasen Weg, du darfst noch nicht hingucken. Okay, ich guck nicht hin. Ich seh's aber aus dem Augenwinkel zu irgendwas mit den Magma-Blöcken. Nein, nee, Lüge. Die wollte ich... Junge, was machst du? Was machst du das? Nein, da kommt man nicht durch. Guck, da kommst du nicht durch. Ups. Ist das nicht sinnvoll? Nee, ist nicht sinnvoll. Schade. Dann mach ich Andi anders. Was zum Tief erzählst du da? Willst du noch die Magma-Blöcke, ja? Also, dann lage ich sie dir ein aus. Ja, die kommen irgendwie in den Striebklappen. Okay, dann nehm ich stattdessen Hessen. Warum nicht Thüringen? Nein. Ich hab doch schon zwei Thüringen. Ich hab doch schon zwei Thüringe. Was genau ist ein Thüring? Ein Ring für ne Tür. Okay, cool. Nee, voll uncool. So. Guck, wie schön ich das jetzt mach. Da kommst du nicht durch. Das sind Eisenblöcke. Da kommst du nicht durch. Guck. Da kommst du nicht durch. Da kommst du einfach nicht durch. Und was ist jetzt der Sinn davon? Du hast gesagt, ich soll mit den Türen was machen. Jetzt beruhig dich. Nun gut. Da kommst du ja nicht durch. Okay. Pass auf, ich mach das jetzt noch fancy. Weißt du, wie ich das fancy mach? Nee. Ich auch nicht. Eric. Ich mach jetzt. Eric. Ähm. Ja. Ich mach jetzt. Bier. Nee. Okay, ich mach nichts. Und warum? Ja. Du hast echt keinen Plan, was du tun sollst. Hab ich echt nicht, nee. Ich komm ja nicht durch. Pass auf, wir brauchen... Hast du Hebel noch? Hast du noch einen Hebel? Das geht ganz leicht. Ich brauchst einen Bruchstein und... Hä, einen hab ich aber nicht. Und? Doch, ich hab Bruchsteine. Und Stöcke brauchst du dafür. Und ich kann nicht einen Knopf machen, da brauch ich doch nur einen Stein oder... Ja. ...Holz. Aber normalen Stein, ne? Ja, hier geht's grad nicht. Ja, hier geht's grad nicht. Bruchsteine... Nee, für einen normalen Knopf brauchst du eigentlich nur ein Stück Holz. Ich wollte da von Holzknopf. Dafür brauchst du natürlich ein Stück Stein. Was ist bitteschön, das Bruchholz schon wieder? Weiß ich nicht. Yay, der Boden ist jetzt so ausgefüllt. Nein, der Boden ist Lava. Das Glas reicht gar nicht mehr ganz für den Striebklob. Ja, okay, dann baue halt Steine hin. Stattdessen in Hessen. Guck, dann kann ich hier durch. Ja, das gab's aber... Was ist so toll, wie ist da denn? Oh, ich bin durchgekommen. Oh. Oho. Guck mal, dann baue ich hier einen Weg. Ich mach den Striebklob, glaube ich, nicht mehr ganz fertig. Du musst aber... Nee, sicher nicht. Ja, okay. Ich kann nicht mal ganz fertig bauen, ist mir aufgefallen. Okay, schade. Weil... Ja, okay, das ist... Klaus-Liebler Erklärung. Gutes, ich nicht mehr weiter erklären muss. Nee, ich hab halt nicht genug Glas und ich weiß nicht, wo wir noch Farbstoff herkriegen sollen. Innerhalb von wenigen Minuten und bitte... Ja, das kriegen wir nicht mehr her. Gutes Personal, bitte verpiss dich. Hä, was soll ich mich verpissen? Das gute Personal, nicht du. Ach stimmt, ich bin ja das supergute Personal, hab ich vergessen. Ah, ja, stimmt. Tut mir leid. Hab ich verwechselt. Ja, verwechselt meine ich natürlich. Das hast du verwechselt, dass du es verwechselt hast, ne? Ja. Guck, jetzt haben wir hier einen Weg zum Weg. Ein Weg zum Weg. Guck. Ja, sieht ganz toll aus. Ja, super, gell? Super professionell. Und so. Provisionil. Dann können wir hier noch Licht hinmachen. Dann haben wir hier noch Licht. Oh, wow. Ist das nicht professionell? Nee. Ist das nicht lel? So. Soll ich noch die zwei Sitzlinge setzen? Du sollst die Sitzlänge setzen. Okay. Das finde ich natürlich auch plausibel. Okay. Ich würde mir noch Eisenrüstung machen. Ich mir auch. Okay, dann mache ich uns beiden Eisenrüstung noch. Sollte eigentlich reichen. Wie viel Eisen hast du noch? Also im Evental habe ich gerade nichts, aber wir haben ja noch genug in der Truhe. Warte. Zwei Helm. Zwei Brustblatt. Machst du gerade? Okay. Ich habe ja noch Kettenrüstung. Die ist aber scheiße für den Nether. Ja. Ketten sollte man eher im Stripclub gebrauchen. Ja, genau. Ich tue es dir hier in die kleine Truhe. Lüge. Da ist gar nichts drin. Ah, ja. So. Gut. Ja, passt. So, dann kann ich hier den Spastern ziehen. So. So. Dann zieh mich. Dann baue ich mir noch. Brauchen wir eigentlich noch den Lava-Eimer? Irgendwie hast du noch eine sinnvolle Verwendung dafür? Den nehmen wir mit in den Nether. Dann wird es dort netter. Netter. So, du hast ein Eisenschwert, ne? Ich habe ein Diamantenschwert. Diamantenschwert, genau. Dann mache ich mir ein Eisenschwert, weil wir keine Diamanten mehr haben. Ja. Ich meine, ich hätte auch zwei Diamantenschaufeln machen können. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Oh, fuck. Dann mache ich uns noch was, von dessen Existenz du wahrscheinlich nicht mal was weißt. Und zwar Schild. Natürlich weiß ich von dem Schild. Ja, dann musst du in die linke Hand. Ich weiß. Weißt du, wie es funktioniert? Ne. Doch, natürlich weiß ich das. Ich nehme einfach die Karte raus. Nein, ich meine, wie du das Schild verwendest. Es verwendet sich automatisch, wenn du dich duckst. Ja. Wusstest du das? Ja. Okay. Wusste ich. Gut. Dann kann wir uns jetzt... So, ich bleib jetzt so. Gut, äh, ja, dann passt das jetzt, oder? Dann zünden wir das Portal ein. Fast. Dann nehme ich noch den, äh... Essen sollten wir vielleicht noch mit. Erstens das, außerdem nehme ich mir den Trank der Regeneration mit. Ja, das klingt klug. Den haben, den habe ich nämlich gefunden. Den haben wir voll lang aufbewahrt. Dann nehme ich noch, warum auch immer, keine Fackeln, sondern Laternen mit. Jeder nimmt zwei Stacks Bruchstein, denn die schützen vor Gastangriffen. Ja, habe ich. Und wie viel Essen hast du? Ich habe eigentlich genug. Ich habe 49 getrocknete Seetangas. Okay, und 16 Bären. Und 16... Du kannst ja die Bären noch nehmen. Ja, die kann ich auch noch nehmen. So, dann nehme ich die auch noch mit. Ja, passt eigentlich, oder? Ich nehme noch die 19 Holz mit, damit wir im Notfall was bauen können. Hier sind noch 64 Bretter unten. Kannst du auch noch mitnehmen. Ich habe zwei Stacks Bruchstein. Nee, auch für was Craften oder so. Wäre das vielleicht sehr sinnvoll, wenn wir Notfall sind. Was ist in Notfall? So, dann nehme ich noch das Holz. Hier, fünf Holz kannst du haben. Äh, passt, oder? Die Karte brauchen wir auch nicht mehr. Genau, die bleibt hier. Im Notfall, aber ich muss furzen. Nicht im Part. Doch. Nein. Lul. Ähm. So. Ja, ich wäre bereit, ne? Ich wäre bereit. Keine Ahnung, ich nehme noch random Zeug mit. Warum auch immer. Man hat es halt einfach. Ich nehme ein Boot mit, damit ich schön nichts damit anfangen kann, weil es im Nether ja eh kein Wasser gibt. Hä? Natürlich gibt es im Nether Wasser. Ich habe doch immer Wasser dabei. Sobald du Wasser dahin tust, wird es verdampfen. Ja. Aber ich habe ein Wasser einmal dabei. Du kannst ja im Eimer drin schwimmen. Da ist es ja noch nicht verdampft. Warum verdampft es eigentlich im Eimer nicht? Egal. Egal. Jetzt, jetzt komm. Los geht's. Los geht's. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und... Ciao.